Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde Git bzw. GitHub. Und ja, warum weitere Runde? Ich habe vor einer Weile schon Git-Tutorials gemacht und habe da auch ein bisschen GitHub benutzt. Dabei ist das hier entstanden, das wir hier sehen können. Wir haben ein paar Sachen hier hochgeladen und ich würde jetzt jedem empfehlen, der vielleicht diese Playlist noch nicht gesehen hat, ihr seht, das Ganze ist zwei Jahre her, also vielleicht haben es einige von euch verpasst, ist natürlich in den Infokarten verlinkt. Warum mache ich jetzt hier weiter? Ganz einfach, das Community-Projekt Cryptic ist mittlerweile auf GitHub gelandet und da wird auch noch ein separates Video folgen bzw. ist vielleicht schon gefolgt, je nachdem wann ich was hochlade. Und damit ihr da wunderbar ohne Probleme alle Features sozusagen benutzen könnt, werde ich einfach mal hier noch ein bisschen was ergänzen, denn GitHub hat einige coole Features, die wir so noch nicht kennen. So, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen eine IDE, in unserem Fall PyCharm, also das funktioniert mit jeder IDE, die von JetBrains ist, also PyCharm, dann haben wir IntelliJ, dann haben wir PHPStorm, WebStorm und so weiter und so fort, CLion natürlich auch, all diese IDEs können das und bei anderen IDEs sieht es ein kleines bisschen anders aus, vielleicht, aber wir wollen uns heute mit dieser IDE hier beschäftigen, wie wir da eben GitHub direkt einbinden können, ohne eben dann jedes Mal über die Kommandozeile zu gehen bzw. das Terminal und dann möglichst problemlos diese Sachen hier hinzukriegen. Gut, wir fangen einfach mal direkt an und zwar, ich habe hier ein neues Projekt angelegt, hier ist einfach gar nichts drin, deswegen erstelle ich hier einfach mal irgendeine Datei, ähm, main.py und das ist jetzt irgendein Python, aber ganz auch mit C oder sowas machen und ja, was wir jetzt hier suchen ist, wir wollen das Ganze natürlich integrieren in GitHub, das heißt, wir wollen automatisch immer die Möglichkeit haben, hier von dieser IDE das Ganze auf GitHub zu pushen, ohne irgendwelche Probleme. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir gehen auf VCS, so wie Version Control System und können dann hier eben verschiedene Dinge machen, sowas wie Local History, haben wir aber auch noch nicht benutzt, ähm, wir können hier, ja, sehr viele tolle Sachen machen, was wir als erstes machen müssen, ist, wir müssen Version Control Systems aufsetzen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel ein Checkout machen und dann eben zu GitHub verbinden, wir können importieren und in unserem Fall ist das natürlich das, was wir machen wollen. Das heißt, wir wollen entweder, also, entweder können wir hier ein vorhandenes Repository auf GitHub benutzen und da dran weiterarbeiten, dann nehmen wir das hier oder wir können ein neues erstellen und dann ist es eben das hier. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Checkout hier an, ähm, das ist nämlich sinnvoll. So, und jetzt muss ich natürlich hier wählen, der Host muss GitHub.com sein, Outtype ist bei den meisten wahrscheinlich Password, ähm, man kann hier auch ein Token nehmen, aber in dem Fall würde ich euch das Passwort empfehlen. So, eine Sache gibt es hier leider zu beanstanden und zwar, Two-Factor-Authentication ist nicht so ohne weiteres möglich, das ist relativ fast unmöglich eigentlich einzurichten. Ich habe es ein paar Mal probiert, hatte da irgendwie immer Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob es in der neuen Version vielleicht gefixt ist, ähm, aber Passwort einfach eingeben. Und dann habt ihr hier die verschiedenen, ähm, ja, die verschiedenen Repositories, die ihr auswählen könnt, die für euch freigegeben wurden. So, und in unserem Fall wollen wir natürlich test.git übernehmen, das ist quasi dieses Repository hier, das heißt, wir wollen an diesem Repository hier weiterarbeiten. Wir wollen kein neues erstellen, wir wollen hier dran weiterarbeiten und deswegen nehmen wir das ganz einfach mal hier. Ähm, allerdings wollen wir das in ein anderes Verzeichnis schieben. So, das passt für mich und jetzt können wir hier das Ganze klonen. Bam! Und wir, ähm, wir wollen natürlich das Directory öffnen, wir wollen es auch hier drin öffnen. So, und ja, jetzt haben wir im Endeffekt das Projekt hier in unserer Hand und können da dran weiterarbeiten. Ähm, das andere wäre gewesen, hier eben das Ganze in ein neues Version-Control-System, also ein neues Git-Repo anzulegen und das dann hochzuladen, das funktioniert im Endeffekt genau gleich. So, und jetzt haben wir das hier, das heißt, wir können jetzt hier auch in diesem Repository weiterarbeiten und das kann eben jeder machen, der Zugriff auf dieses Repo hat. Wie man das mit dem Zugriff verwalten und so weiter macht, das zeige ich euch natürlich auch noch. Gut, ähm, ich lege jetzt hier einfach mal eine Datei an, ähm, das wird eine main.py und werde natürlich als allererstes gefragt, ob ich diese Datei hinzufügen möchte in mein Git-Repository. Ja, möchte ich, genau das ist der Punkt. Und deswegen ist das Ding hier jetzt mittlerweile grün, weil es wurde hinzugefügt sozusagen, das heißt, man hat es schon direkt ge-edit. Okay, und jetzt gebe ich einfach mal ein Print, äh, Hello World ein, so dass wir eben hier auch was haben. Und ja, was wir jetzt machen wollen, wir wollen das Ganze gar nicht ausführen oder sowas, wir wollen es eigentlich nur auf GitHub. Und, ähm, das machen wir, indem wir hier, die, entweder die Version Control übernehmen oder wir können das Ganze, das ist ein bisschen einfacher, hier oben über die Kürzel machen. Oder auch, das ist die lange Variante davon, hier rüber über VCS. Und, ähm, ja, hier könnt ihr dann auch sehen, für was diese Icons hier stehen. Das heißt, entweder Update Project. Warum Update Project? Das ist sinnvoll, wenn irgendjemand anders daran arbeitet, irgendwelche Änderungen hochlädt und ihr vielleicht noch eine alte Version bei eurem Rechner habt. Das heißt, bevor ihr irgendwas arbeitet an einem Projekt, immer erst Update Project machen und wenn ihr fertig seid, immer ein Commit durchführen. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist Commit und dann wird mir hier das Ganze in einer grafischen Oberfläche angezeigt, was super angenehm ist. Und jetzt sehen wir hier natürlich auch, wir haben Unversioned Files. Was bedeutet das? Ähm, das heißt, wir haben hier nicht alle Dateien, die in diesem Verzeichnis Test, also Tuts, GitHub, Test drin sind, liegen in unserem Git Repository am Ende. Warum sind das nicht alle Dateien? Naja, sowas wie hier diese Einstellung von PyCharm. Die möchte ich gar nicht irgendwie hochladen. Das wäre hier zum Beispiel Encodings, Misc, Modules, Test.iml und VCS. Man kann sie natürlich auch noch hinzufügen. Das ginge dann, indem ich hier auf Encodings draufgehe und da einfach den Haken setze, kann ich aber auch wieder rausmachen, weil ich es nicht möchte. So, ich möchte eigentlich nur diese Main.py hier drin haben und hier sehe ich auch, was sich geändert hat. Und wenn ich irgendwelche schwierigen Änderungen habe, die vielleicht gemercht werden müssen, kommen wir noch dazu, dann sehen wir das hier Side by Side. Und was ich jetzt eigentlich nur machen muss, ist in dem Fall, ich kann hier auf Commit drüber hovern. Ich schiebe das mal hier hoch, damit ihr es auch gut sehen könnt. Commit drüber hovern und dann steht hier Commit, Commit and Push oder Create Patch. Commit bedeutet, ihr committet das Ganze lokal bei euch, aber es ist dann noch nicht auf dem Server drauf. Ja, ich sollte vielleicht eine Commit-Nachricht eingeben. Create Main.py. So, und dann ist es noch nicht auf dem Server. Das heißt, wenn ich hier committe, dann ist es in meinem lokalen Git-Repository da, aber noch nicht online. Wenn ich Commit und Push mache, dann ist es gleichzeitig lokal und auf dem Server geändert. Und das ist das, was ihr meistens haben wollt, weil ihr natürlich auch im Team arbeiten werdet, oder in vielen Fällen zumindest, und dann ist natürlich ein Push gleich sinnvoll. Dann sehen eure Teamleute das auch gleich. Allerdings, wenn ihr irgendwie Fehler oder sowas drin habt, dann solltet ihr die zuerst fixen, bevor ihr irgendwas pusht. Das heißt, ihr könnt nicht hier einfach sagen, hey, ich möchte das Ding jetzt sofort auf dem Server haben und nachher funktioniert irgendwie das Bilden nicht mehr. Das heißt, man kann es überhaupt nicht mehr ausführen, weil ihr was kaputt gemacht habt. Das ist natürlich nichts in der Sache. Gut, deswegen mache ich jetzt hier mal Commit und Push. Und, ja, jetzt fragt er mich natürlich nochmal, welche Dateien ich hinzufügen möchte. Nein, die möchte ich nicht hinzufügen. So, und jetzt sehen wir, was, also den nächsten Dialog, jetzt sehen wir, ich möchte auf den Master, von meinem Master-Branch auf den Origin-Master, also online den Master-Branch pushen. Und zwar mit der Commit-Message create-main.py und die Datei main.py. Wunderbar. Und jetzt kann ich hier einfach, ich könnte theoretisch noch irgendwelche Tags auswählen, brauche ich aber hier nicht machen und kann jetzt hier einfach einen Push durchführen. So, und ja, jetzt brauche ich nochmal mein Passwort und er pusht das Ganze und jetzt steht hier push successful, pushed one commit to origin master. Und das heißt, wir haben das Ganze automatisch online gepusht, ohne dass wir irgendwie eine Kommandozeile in die Hand nehmen mussten und das sieht dann folgendermaßen aus, wenn ich jetzt hier aktualisiere, sehen wir hier, a minute ago, habe ich main.py hochgeladen. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. So könnt ihr in einer IntelliJ, beziehungsweise in einer JetBrains IDE, das Ganze wunderbar, ohne Probleme eigentlich integrieren. Wie gesagt, bevor ihr irgendwas arbeitet, immer hier einmal kurz Update Project machen. Ich zeige mal ganz kurz, was das noch tut, weil wir jetzt gerade noch ein bisschen Zeit haben, meiner Meinung nach. Und zwar kann ich hier natürlich auch online auf GitHub neue Dateien erstellen. Das ist meistens so ein bisschen sinnfrei, weil man möchte natürlich eigentlich nicht hier coden und das Ganze dann irgendwie ungetestet irgendwo hinpacken, sondern möchte es natürlich irgendwie auch erstmal überprüfen, ob alles funktioniert. Ich nenne das Ding jetzt hier einfach mal online erstellte Datei.py von mir aus. So, und dann kann ich hier einfach eingeben, ähm, Print, äh, Hosted, mit, Herz. So, und, ähm, genau. Dann machen wir hier einfach ein Commit New File, und, also im Endeffekt ist das hier automatisch unsere, unsere Commit Message. Sie können hier auch was anderes reinschreiben, aber die create-online-erstellte Datei.py passt eigentlich auch soweit. So, und jetzt habe ich hier oben, also quasi online, habe ich vier Dateien, während lokal habe ich immer noch nur drei Dateien. Das wird nicht automatisch immer jede zwei Sekunden verknüpft oder sowas. Das wäre natürlich angenehm, aber auch ein bisschen verwirrend, wenn ihr gerade am Coden seid, und plötzlich verändert sich der Code live, weil irgendjemand anders was verändert hat. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt wieder, also nehmen wir an, es ist ein Tag vergangen, irgendjemand hat diese online erstellte Datei erstellt, und ihr wollt jetzt hier dran weiter coden. Das erste, was ihr macht, ist, ihr zieht euch die Änderungen von dem Projekt. Und dazu habt ihr hier auch wieder mehrere Möglichkeiten, aber im Normalfall, ähm, könnt ihr das so lassen, beziehungsweise ihr könnt ja auch ein Merch machen. Da, drum wird es dann auch noch gehen irgendwann. Ähm, und dann steht hier Updating. Und das Tolle ist, jetzt wird hier direkt diese online erstellte Datei eben auch rumgelegt, runtergeladen, und ihr habt die hier zur Verfügung. Und könnt jetzt hier dran weiterarbeiten, ihr habt alles, was hierbei passiert ist, könnt jetzt hier irgendwas machen, und ja, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Cool. Also so funktionieren im Endeffekt die Einfachen, und, ähm, Pullen, wenn wir irgendwie mit dieser IDE arbeiten wollen. Wunderbar. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.